Ein super schöner Pool, Kinderbecken, den Giedel, wo man leben kann. Und hier, man läuft nur die Straße vor und hier vorne ist dann direkt das Meer. Hinter dem Rio Bell Playa, das ist direkt da vorne. Da ist man dann direkt am Meer. Man hat hier sogar mehr Blick von den Zimmern her. Ist auch schön, wenn man in zweiter Reihe ist. Und für Kinder und Babys geeignet.